Nachricht aus Wien. Es ist ein Thronfolger. Zur Abvorheilung der Klosterschule gab es wieder Schwierigkeiten. Ich will mit dir an den Hof. Ich hab dir doch gesagt, dass das nicht so einfach ist. Warum nicht? Du bist die Kaiserin. Aguta wurde hingerichtet. Von uns. Marie wird ab jetzt bei uns wohnen. Österreich hat sich um die Führung des Deutschen Bundes verdient gemacht. Es ist an der Zeit abzutreten. Preußen will die Führung im Deutschen Bund. Ich muss ihm eine gewaltige Streitmacht gegenüberstellen. Ich denke, ein Schulterschluss mit Napoleon ist die einzige Chance, diesen Krieg zu verhindern. Alles wird gut. Du bist nicht alleine hier. Es sind selten die Stiche eurer Feinde, die euch am empfindlichsten treffen. Bismarck hat auch mit eurem ungarischen Freund gesprochen. Jemand muss herausfinden, auf welcher Seite Andraschi steht. Es ist die richtige Entscheidung getroffen. Es hat ein besonderes Verhältnis zu den Ungarn. Was hat er euch geboten? Unsere Freiheit. Wir drohen Ungarn zu verlieren. All das, wonach ich mich sehne. Nichts ohne die Liebe. Liebstein. 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 Die Reiserin Elisabeth, die ihn führt. Alles, was ich tue, tue ich für dich, Franz. Und was tust du für dich? Untertitelung des ZDF, 2020